Jojo, was geht dir? Imaginern Identitäten dieses weltweit verbreiteten Netzwerks namens YouTube! Ich bin's wieder, der Freddy Tendo, auch bekannt als Maluten, mit meinem neuen Skin am Start und begrüßt euch zu dieser neuen Folge Minecraft Bad Wars auf dem Xevento.net-Server. Also, das hier ist der Xevento.net-Server, sollte allgemein bekannt sein. Oh, was ist das? Nee, ich heiße... Nee, warte, nee, ja, und ich heiße Schmalle. Ich bin nämlich der Schmalle von Schmack, der Schmack zu den Uten. Und was ist auf diesem Wettbewerb anders auf Xevento? Xevento ist vermutlich nicht so bekannter, dachte ich mir. Ist aber auch kein Problem, Junge. So, mein Teammate baut sich schon mal in der Mitte. Anscheinend machen die es schon. Wie ist mein erster Skin? Fragezeichen kann ich mal fragen, weil ich würde gerne... Könnt ihr mir Feedback sagen? Miau. Könnt ihr mir Feedback sagen, wie der Skin ist, ob ich ihn noch verbessern soll? Weil, so wie es aussieht, ist es noch kein... Es ist natürlich noch kein ausgereifter Skin. Und so, naja. Also, Xevento Bad Wars. Hier gibt es ein weiteres System. Hier gibt es den Inventory Keeper, der... Was der bewirkt? Der bewirkt das, dass man... Wenn man runterfällt, stirbt, etc. Sein Inventar-Zeugs behält. Und wie finde ich das? Ich finde das richtig geil. Da kann man wirklich... Da muss man nicht so einfach hinten bleiben. Und denken so, oh, ich könnte jetzt sterben beim runterfallen. Nein, man kann einfach durchrushen. Und wenn man den Inventory Keeper hat, dann ist es geil. So. Zum Glück bin ich im AFK-Channel. Ad Opfer. Was? Der muss hier mit Hashtag schreiben. Und was gibt es noch? Es gibt Emeralds. Das kann ich euch gerade zeigen. Also, Emeralds. Damit kannst du dir... Kann man sich... Hier einmal den Bogen. Mit Unendlichkeit 1. Flamme 1 und Schlag 1 kaufen. Und einmal mit Unendlichkeit 1 und Flamme. Aber ich frage mich, ob das nicht besser ist als... Ob der besser ist als der hier. Weil da hier... Der hier hat... Ähm... Ist Level... Hat Stärke 2. Stärke 2 ist schon krass. Was kann man sich nochmal kaufen? Man kann sich Schuhe mit Schutz 2 und Federfall 2 kaufen. Und einen Helm mit Schutz 2. Zu tränken kann man sich einen Regeneration 3 Zweigdrang kaufen. Bei... Ähm... Nützliches. Mobiler Shop. Warp. Enderperle. Ah, hier... Ich glaube, die Bücher gibt es hier nicht mehr. Oder sind die hier? Ja, hier. 12 Bücherregale. Das ist natürlich gut. Die kann man dann... Ähm... Die kann man nicht so schnell abbauen. Äh, Seiden. Du kaufst dir hier... Vermeerals. Den Schädelspalter. Das ist natürlich ein Ax. Mit dem kannst du schneller abbauen. Mit der kannst du schneller abbauen. Zudem hat sie Rückstoß. So, und was war es sonst? Sonst war es das eigentlich. Mehr gibt's... Mehr... Mehr Items gibt's nicht. Aber ich sag euch. Mit den Items... Ist so funny. Also das Gameplay ist nochmal richtig geil geworden. Dadurch. Ich sehe schön aggressiv aus mit dem Helm. Gefällt mir. Jedenfalls. Wir gehen jetzt erstmal in die Mitte. Und versuchen... Und... Ähm... Ein bisschen... Lass mich die gegeneinander... Lass mich die gegeneinander... Natürlich... Der Server lag ein bisschen. Ja gut, der ist mein Team. Jawohl, der ist unten. so gefällt mir hat er eine waffe hat eine waffe aber ich bin doch geschwächt man kann ich es leckt aber scheiße der hat schon den helm des berserkers das heißt er hat richtig viele emeralds jod er hat richtig viele emeralds und da kommt ein jawohl den hause weg die team da hinten ist unsere base ich würde euch gerne den flammenbogen zeigen dafür bräuchte aber mehr edelsteine was nein so hat noch getötet die runde könnte knapp und spannend werden der da oben haut natürlich mit seinem bogen alles raus jawohl ja hau mir den weg jawohl nice wie geil wir haben ihn besiegt boah leute joo kann ich mir ein eisenschwert jawohl und ich würde sagen zurück in die mitte ich bin der letzte der noch von grün lebt boah die runde könnte scheiße schwer werden joo das war eindeutig tslash ping tslash ping joo das war aber ein killhauer typ glaube ich jedenfalls joo der hat die killhauer wie krass ja egal dann ich gehe jetzt in die einfach in die nächste runde rein weil ich habe erst 8 minuten und ich kann einfach gehe einfach an cut in die nächste runde rein was denn los endlich so 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 perfekt und die runde starte auch schon bereits so es ist diese map die ist nice die mag ich ich habe natürlich ich habe 50 fps mitte go 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 ja ja warte noch ich mache lieber erst mal das bett ich meine das bett ist das wichtigste auf hier in dem ganzen spiel ja toll unser teammate verlässt schon mal boah das ist doch nicht so hoch ach die 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 Kommt jemand zu uns? Hoffentlich nicht. Gut, dass ich nicht grün bin. Gut, bei uns hat genauso jemand das Team verlassen. Nicht gerade sportlich, mein Freund. Stell mich so hin, damit ich jeden sehen kann. Der versucht, unser Bett zu zerstören. Hier, die kannst du haben. Wollen ja mal nicht so sein. So, so, so. Ja, ich brauche noch Rüstung. dadurch dass er genau dort steht ist es ziemlich schwer für mich ein bisschen eisen zu bekommen das vermutlich die ganze zeit wechseln kommt mir mit den eisen und schon kann ich mir nein wenn mein team hätte jetzt auch noch reinkommen würde wäre es sehr nett weil dann könnten wir die mitte halten auch wenn wir nur zu zweit sind ist gestorben nein ich habe ihn getötet flach bobs naja das ist auf diesem server noch nicht aufs greift jawohl er hilft mir danke bro und ich habe schon einen inventory keeper unser bett steht noch ja genau da kriegt er uns doch aber egal wir haben inventory keeper also Das war's für heute. So als ob. Jawohl, läuft. Die Runde machen wir. So, so, so. Die Runde läuft im Moment echt gut. Oh, wir haben schon über 15 Minuten. Ich glaub, wir müssen langsam damit anfangen, Teams auszurotten. Aber erst, nachdem ich euch den Feuerbogen gezeigt hab, habe. Okay, wir bauen erstmal eine Kiste. Oder war die unter nützlichen Sachen? Ah, hier. Jawohl. Der hat's gemacht. Ein Eisenschwert können wir uns gönnen. So, und Blöcke, nee, brauchen wir keine neuen. Inventory Keeper ist Intus. So. 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 Angriff auf dieses Team. Ich hätte da noch Blöcke mitnehmen sollen. So. 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 Hoffentlich kommt mein Partner. So. 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 Ja, ein Krillerhauer-Typ. So, haben wir das Bett. Jawoll. Oh, ich habe mir. Jawoll. Das schaffen wir. Die Runde gewinnen wir. Ein Inventorykeeper noch. Oh, ich habe mir. Jawoll. Jawoll. Los, los. Jawoll. 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 T. 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 Wie geil war die Runde denn. Jo Und damit würde ich sagen Das war es für diese kleine Sneaker Runde Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Positive Bewertung da Würde mich riesig freuen Vielleicht auch ein Abo, ich bin ja noch in der Aufbaufase Und da würde ich sagen, bis dann Ciao, ciao, meine Lieben